So Leute, ich wollte nochmal schnell ein Video posten zu den zukünftigen Verlosungen und anderen Veränderungen hier auf dem Channel. Und erstmal um zu sagen, warum ich das Ganze mache, wir haben die 8700 Abos geknackt, Freunde. Bah, ich kann es mir gar nicht vorstellen, immer noch. Es ist seit 1000 Abos, denke ich mir, boah krass, wie können so viele Leute in der Community mitmachen. Und es wird einfach nicht weniger, es wird immer mehr, mehr, mehr und es kommen immer mehr von euch dazu in den Streams und kommentieren unter den Videos. So, dass ich teilweise erst zwei Tage nach dem Video hochladen, erst die Kommentare beantworten kann, weil es einfach so viele sind und so viel Arbeit ist. Und es macht sowas von Laune mit euch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich habe im Stream schon ein paar Mal gesagt, dass es in Zukunft neue Arten der Verlosung geben wird. Ja, und zwar gibt es in Stream Verlosungen. Ich werde manchmal, nicht jeden Tag, immer mal wieder als kleine Bonusüberraschung für euch etwas verlosen. Und zwar live im Stream, damit ihr auch, sage ich mal, was zurückbekommt für die viele Liebe, die ihr mir gebt. Und dazu habe ich auch gleich mal den Chatbot neu eingestellt, nur einfach, um es euch zu sagen. Und zwar, ihr wisst ja natürlich, ich kriege durch MMOGA, Amazon, Spenden, YouTube immer ein bisschen Geld. Dieses Geld wird verwendet für Upgrades, aber in letzter Zeit brauche ich eigentlich keinen Upgrade mehr. Das letzte, die letzte Spende, die ihr mir gegeben habt, war für, beziehungsweise für Mario Kart, das am 28.04. glaube ich rauskommt. Und die nächste Spende, die seht ihr da drüber, die ist für Karpfenteckel. Ihr wisst gar nicht, was das ist, die meisten von euch für Angelzeug. Und ich dachte mir so, als ich das selbst reingemacht habe, passt gar nicht zum Stream. Eigentlich möchte ich das ganze Geld lieber für einen guten Zweck verwenden, für einen Zweck, der uns allen was bringt. Und deswegen versuche ich einfach von dem Geld in Zukunft einfach viel mehr Verlosungen zu machen und viel mehr mit euch da zu arbeiten. Vielleicht auch mal ein ein oder anderes neues Spiel zu holen, aber ihr wisst ja, dass ich eigentlich nur am WoW oder am Mario Kart oder sowas suchtend bin. Von dem her erübrigt sich das wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall gibt es dann im Chatfenster jetzt zwei Links, MMOGA und Amazon. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch diese Links gerne einspeichern. Bei MMOGA bekommt ihr sogar mit dem Keyword Totemwerfer 3% Rabatt. Und auf alles, glaube ich. Ja, ich glaube auf alles. Und ja, bei Amazon ist es nichts, aber ihr zahlt dadurch auch nicht mehr. Das ist einfach eine kleine Möglichkeit, wenn ihr da dran denkt mal an mich oder an uns, dass ihr den Stream supporten könnt, dass ihr gleichzeitig halt, dass ich die Möglichkeit habe, noch mehr zu verlosen. Wie gesagt, aktuell, ich wollte euch das nur mal erzählen, worum es denn da geht, weil ich oft gefragt werde, was machst du mit dem Geld, verdienst du Geld durch YouTube? Ich kann davon nicht leben, keine Angst. Ich fahre nicht heimlich mit dem Porsche durch die Gegend und arbeite nicht mehr und mache nur noch ein paar Videos in der Woche, sondern ich arbeite richtig und ich nutze das Geld gerne für solche Dinge. Ich freue mich riesig, dass das überhaupt funktioniert, dass wir überhaupt so eine schöne Community haben und so viel Spaß in den Streams haben. Es ist einfach verrückt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, oder ich konnte es mir gar nicht vorstellen, jemals mehr als 10 Leute im Stream zu haben. Und jetzt schaue ich da manchmal auf den Zähler. Während dem Raiden und sehe da 80 Leute. Also es ist verrückt und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch eine ganz lange Zeit zusammen Spaß haben werden. Und wie gesagt, deswegen die Änderung. Ich muss kurz einen Schluck trinken, sonst verrecke ich hier noch. Deswegen also die Änderung. Und da ihr wisst, dass ich immer alles transparent mache, wollte ich euch noch kurz erzählen, warum diese Links da sind. Ich meine, der MMOGA-Link ist schon ein weichen länger da. Aber jetzt bitte ich euch, wenn ihr da schon was kauft, dann wäre es toll, wenn ihr es über mich kauft. Wenn nicht, glaubt mir Leute, es ist alles kein Problem. Ich versuche trotzdem, so viel wie möglich Verlosungen zu machen. Und natürlich das Wichtigste, so viel wie möglich Spaß mit euch zu haben. Jetzt war es von mir. Ich bin echt erschöpft. Ich habe das Ganze heute noch aufgenommen nach dem Raiden. Heute ging es wieder richtig ab. Wir haben mythisch geradet für die, die nicht im Stream waren. Und die letzten Bosse auf heroisch gemacht. Und ja, es war übelst krass. Ich habe nur den Chat verfolgt und musste die ganze Zeit lachen, weil es einfach so witzig ist. Und ja, ich freue mich auf den nächsten Stream. Wer das Video jetzt heute beim Release rausschaut, dann ist der nächste Stream morgen am Mittwoch. Und ich bin gespannt auf den Mittwoch. Haut rein, Leute. Ciao. 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 Ciao.